und hiermit ein herzliches willkommen beim tuxa so voll nacht es wird gelacht es wird gezockt und war tomb rider mistis auf avalon first plus und wir starten hinein ein neues level the dick side ja und das auch schon sehr interessant aus die ersten schritte die hier schon reingelaufen bin die sehen schon sehr spielversprechend aus ein bisschen licht brauche ich schon was spannend gruselig unheimlich viele wege hierunter doch lieber geradeaus das ist jetzt hier die frage eine ehe komme ich ja oder hier ist eine sackgasse gut da habe ich mich gerade verguckt es gibt nur diesen einen weg ich mache euch alle fähig ja komm ja wo bist du denn ja immer her zu mir dann komme ich halt eben zu dir cool das gebäude hier unter tage und schlecht hier mal rein wie du sagst du mal jetzt immer nur sagen tauchen tauchen nicht ok als mutter mutter das sieht die nach einer tauch challenge aus bricheisen meins ja lara also das lichter und gestorben lassen das nicht verdammt unheimlich hier aber das brecheisen kommen und sagt ja wohl und die pickhack ist meine oh da ist ja mal eine riesenratte hier zwei stück gleich hilfe also voll gefressen sehr viel zu langsam seid für mich aha das war für mich kommt ich wollte mal bumm machen aha ein messer survival pur hier komm gern ja ok aber zu einfach kann nichts kaputt machen hier das kann man nicht das kann man nicht ich möchte eine pickhack wenn sie kaputte ist es egal gehen wir weiter ach einfach mal hier runter ich bin es die lara brecheisen kommen sagt mal bitte nur kommen wir es auf da geht doch und und benzin ah da hätte ich eine idee ja dann gehen wir mal in das häuschen hier zurück würde ich sagen und setzen mal das benzin ein so törchen ist auf bestimmt ne auf den schalter drücken und thema erledigt ja wo bittu denn wo ist denn das schalterchen hä ok ok ich dachte hier wäre der schalter dem ist aber scheinbar nicht so ah ich weiß wo der ist ganz am anfang klar da habe ich ja schon gegen geballert kein problem gehen wir zurück wenn ich hier hochkomme ja ja kommt und ja kommt da isa ich habe licht ja schon mal gut kommt so eine schöne kamerafahrt ok schauen wir uns das an wie von geisterhand ist nicht cool wo man hier so licht abmachen kann am anfang ist die eine lampie flackert ne ah schön klingt gut ich war schon mal vor ist klar ne und hier dunkel ok kommt ihr her wo seid ihr im letzten augenblick da habe ich den abgrund genau gesehen oh was haben wir denn da eine tote leiche hallo ich hoffe dir geht es noch gut ja und jetzt und nu das ist noch eine plattform wenn ich jetzt wieder den kopf stößt mal passt ist das nur eine pfütze oder ist das was tiefes komm ich teste mal ok ist nur eine pfütze nur andererseits was habe ich hier sieht auch nicht besser aus Lara gib mir mal einen tipp ah oh tote leiche das macht dich noch toter schade geht nicht na gut danke dass du mir den weg verraten hast aber cool gemacht mit aufgepieksten ja leiche kann man nicht mehr sagen sklett ist das eher ah noch eine kamerafahrt cool ich auch du auch du ja du Ja, das kann man noch gebrauchen, ne? Na, da war schon mal eine Leiter, aber ich stecke hier doch einmal kurz die Lage, ob es immer schönes gibt, natürlich nicht, war das hier ungefähr, ne? Jetzt aber, wo seid ihr? Langweilig hier. Okay. Gut, was haben wir denn hier? Ne Schaufel, darf ich die haben? Schade. Ah, ich habe die Key, ich habe die Secret, ne? Okay. 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 Ja. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ...Nine! Ha 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 ha. Grazie. So, dann gehen wir mal jetzt hier hoch. Ich denke mal, wenn man die Treppen hoch geht, hat man etwas zu erwarten. Au, 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 da kommt bestimmt wieder was runtergekugelt oder so. Ah, ja, siehst du, wusste ich es doch irgendwie. Äh, ja, okay. Ne, doch nicht. Guck nicht runtergekugelt. Aber nur, was muss ich tun? Einfach hoch. Okay, 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 ich habe verstanden. Aber, wie komme ich da jetzt rein? Komm mal nicht rein. Lara, geh da rein. Hä, wie komme ich da jetzt rein? Ich weiß nicht, dass es jetzt hier im Back ist oder so. Komisch. Lara, geh da rein. Komm. Ah, da muss die rechte untere Taste drücken. Und ich habe schon gedacht, jetzt wäre für mich hier Game Over. Ja, super. Ja, okay, ich bringe mich hier jetzt auch nicht wirklich weiter. Wie komme ich denn den jetzt zur Seite hier? Kommisch. Kommisch. Öh, also keine Ahnung, ob das jetzt so gedacht war? Auf jeden Fall bin ich jetzt da durchgekommen Bin durch den Klumpen gesprungen Weiß nicht, 10 Minuten lang bestimmt Ich denke mal, ich baue jetzt hier einen Schnitt ein Ja, man kann auf jeden Fall durch den Klumpen springen Man muss noch ein bisschen Geduld haben Ich bin hier gefangen Hier ist der Ausgang Ja, toll, dass ich mir das schenken könnte Gut, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite Und habe dementsprechend ein kaputtes Kreuz Okay, man kann den Stein doch hinunterschubsen Gut, aus irgendwelchen Gründen ging das jetzt Das ist natürlich das, was ich vorhin ausprobiert habe Aber, okay Manchmal muss man gewisse Dinge auch öfters probieren Ich denke mal, jetzt komme ich hier auch wieder hoch Hoffentlich Kann ich einen normalen Rückweg nehmen Jawohl Gut, an dieser Stelle habe ich jetzt doch bestimmt Und, ja, eine halbe Stunde getüftelt Wie es dann irgendwie weitergeht Manchmal sind es nur die Kleinigkeiten im Leben In dem Fall war es das X So, was mache ich hier mit einem Kreuz und einem kaputten Kreuz? Das ist jetzt die gute Frage Das ist immer doch irgendwie so eine Art Altar, ne? Mhm, da sind wieder solche Steine, die nach oben kommen Dann könnt ihr jetzt zum Beispiel mal ein Kreuz hier einsetzen So, wir setzen das mal ein Und, ja Ist das Problem? Ich habe jetzt zwar ein kaputtes Kreuz Kann es aber nicht einsetzen Die muss man bestimmt irgendwie reparieren Und die Frage ist natürlich auch Wie? Ups, was liegt denn da? Was ist das denn? Gucken wir uns das mal an Ja, wo ist das denn? Ein Stückchen Holz, oder was war das? Piece of wood Use Kombine Ah Guckt mal, was ich da habe Ja, jetzt können wir Das war also die Lösung Ein bisschen irgendwie zusammenfriemel noch, ne? Ja, nicht schön, aber selten Use Ja Okay Oh ja, die Spannung steigt Oh Endlich, Mann, gehe ich nach Hilfe Oh, die dicke, fette Schlange Ne, da muss ich bestimmt rein, ne? Oh, die sieht aber böse aus, die Schlange Gut Gut Ich bin fertig für dich Komm her, du Wo bist du? Haha Mach dich fertig Ja, nicht mein Gegner hier Komm Lara Sei nicht nervös Schau weiter Mal gucken, was die Schlange macht Okay Die Schlange wird böse Oh, oh Oh, oh Ja, okay, 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 okay Ich habe verstanden Oh, mal gucken Ja, komm Mäuschen Ja, komm Mäuschen Na, wie oft Sieht so aus, ne? Obwohl, doch ein bisschen verliert von Energie Ja, ich denke mal, es war eine Frage der Zeit, ne? Oh Wir wollen um die Ecke schießen hier Ach 50% habe ich schon von dir Wir haben schon andere probiert vor dir Nichts verledigen Nichts mit mir, du Oh Oh, du grünen Bälle, die sehen gefährlich aus Ja, komm Mäuschen Bleib, wenn du drauf fährst Komm, schieß ruhig, ja? Ich kann dir nichts Komm Mal ein bisschen näher hier Nur für dich Ha Thema ledig, würde ich sagen Der Standardwaffe Ich dachte, ich brauche keine andere Waffe Juhu